Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Abend, liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tele-Stammtisch. Aktuell ist Urlaubszeit, es ist schön warm und wir gehen trotzdem ins Kino, weil wir das so lieben. Und wir, das ist der gute Werner, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Grüß dich, hi! Und meine Wenigkeit, der Kenny. Und wir haben beide den Film Gloria gesehen. Der gute Werner in der Sneak-Preview und meine Wenigkeit in der Pressevorführung mit dem offiziellen Weg. Und wir quatschen jetzt ein bisschen darüber. Werner, hau doch mal raus, worum geht es denn in Gloria? In Gloria geht es um die Teresa, welche als die Stumme bekannt ist und im Jahr 1800 in einem Waisenhaus tätig ist, dort eben aushilft, wobei sie eigentlich fast eine Sklavin ist, so wie sie dort behandelt wird. Und sie hat ein Talent für die Musik, gerade wenn es um Klaviere und Pianos geht. Und als sich der Papst ankündigt, wird dort vor Ort ein neues Musikstück zwanghaft gesucht und geprobt. Aber man kommt irgendwie nicht auf einen Nenner. Und dann entdecken sie eben so Stück für Stück ihr Talent. Sie probt heimlich im Keller mit ein paar anderen Mädels, die dort wohl, ja, sesshaft sind. Und dann kommt es, wie es kommen soll. Der Papst taucht auf und die Musik nimmt ihren Lauf. Gloria ist quasi das Regie-Debüt von Margarita Vigario. Ach so, ein schöner italienischer Name. Ihr kennt doch alle Inglorious Basterds, oder? Gorlami. Ach, das ist so schön. Italienische Namen sind so schön. Ja, die gute Dame ist eigentlich Musikerin und gibt quasi hier ihr Regie-Debüt. Und muss ich sagen, ein ziemlich gutes Regie-Debüt, wie ich finde. Was sagst du? Ja, definitiv. Also, wenn man bedenkt, unter welchen Voraussetzungen ich diesen Film geschaut habe, nämlich, dass ich eigentlich eher andere Musik höre, muss man im Nachhinein wirklich überrascht sagen, dass der Film mich, ja, nicht bestens unterhalten hat. Das wäre zu viel des Guten. Aber er war alles andere als schlecht. Und gerade bei einem Regie-Debüt und dann auch nach so einem Genre, dann ist das definitiv etwas, was man anerkennen muss. Definitiv. Also, ich bin quasi anspruchslos in diesen Film rein. Ich wusste, okay, es geht um Musik und Musik bin ich offen für. Habe ich Bock drauf. Ich bin selbst Musiker und dachte mir so, okay, kann man sich ergeben. Scheint ja auch ein Historienfilm zu sein. Beruht quasi auf wahren Begebenheiten. Und ja, die Musik. Reden wir mal über die Musik. Der Film fängt ja noch relativ musikalisch an. Wir sehen also diesen Innenhof dieses Waisenhauses. Und wir sehen den Hauptcharakter Teresa da auf dem Boden sitzen in ihrer dreckigen Hausmädchenuniform oder Klamotte, wie man das nennen möchte. Und sie schrubbt da den Boden oder macht Wäsche oder irgendwie sowas. Und plötzlich hört sie von allen möglichen Leuten, die dann im Hof irgendwas machen. Jeder, der eine kocht, der eine putzt, der andere macht dies und das. Und sie nimmt diese ganzen Geräusche auf und macht im Kopf quasi die Melodie. Und das fand ich schon cool. Das fing dann so richtig, richtig musikalisch an. Und es war da so ein bisschen was Poppiges reingemischt. Also quasi, man hat so ein bisschen dieses Klassische, das Element der klassischen Musik hier in dem Film. Und man hat aber auch so Passagen, wo Sachen quasi so ein bisschen poppig vermixt werden. Und das war tatsächlich eine interessante Harmonie. Fandest du, dass sich das gekreuzt hat? War das okay? Oder war das eher so ein bisschen, wo du sagst, nee, das passt nicht? Ich hab mir das schwer getan, muss ich ehrlich zugeben. Denn das ist irgendwie nicht so stimmig, wenn ein Teil der Musik regulär im Film gesungen wird, wenn sie da zusammenstehen, zusammen Musik machen und der andere Teil dann einfach mal so nebenbei auf dem Hof gesungen wird und angefangen wird, was dann quasi eher so Musical-mäßig wirkt. Und der andere Teil der Musik dann eben klassisch. Das war in meinen Augen nicht so richtig stimmig. Ich finde, da hätte man sich für eine Seite entscheiden müssen. Hat es sich gut angehört? Ja, sah es gut aus. Definitiv. Es war stimmig, für sich geschlossen. Aber wenn man das große Ganze betrachtet, hätte man sich in meinen Augen für die eine oder die andere Seite entscheiden sollen. Okay. Weil ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das soll auch eine Botschaft sein. Weil in dem Film geht es ja quasi um diese jungen Waisenmädchen, die in diesem Waisenhaus leben. Und Hauptaufgabe von denen ist ja quasi eine Zweiklassengesellschaft. Du hast einmal so ein paar junge Waisen, die müssen den ganzen Tag Hausputz machen, müssen kochen, sauber machen und so weiter. Und dann hast du die etwas gehobeneren Mädchen, die quasi die Ehre haben, in diesem Kirchenchor zu singen und auch Instrumente zu spielen. Also wie Geige, Bass und Violine, was die da alles haben, um dieses klassische Konzert zusammen zu machen. Die haben auch einen Kirchenchor und so. Jeder hat ja quasi seine Aufgabe. Und die werden quasi ein bisschen besser behandelt, habe ich das Gefühl. Man hat ja auch Seemudi zum Beispiel am Esstisch sitzen. Und dann sieht man so den einen Tisch, wo die armen Mädchen sitzen, die quasi nur putzen und sauber machen dürfen. Und dann hast du den anderen Tisch, wo die Musikerinnen sitzen, die auch eine andere Uniform quasi tragen. Und dann hast du noch den dritten Tisch, wo dann halt die Nonnen und der Waisenhausleiter sitzen. So gewisse richtigen Hierarchie mäßig. Und die sind ja alle sehr konservativ eingestellt. Das heißt, die bringen denen klassische Musik bei. Die sollen sich benehmen, die sollen streng erzogen werden. Und dann hast du diese Mädels, die sich dann quasi nachts treffen, um heimlich zusammen zu jammen. Also quasi Musik zu machen, und zwar wie sie Bock haben und nicht wie es irgendwo auf einem Stück Papier in Noten geschrieben ist. Und da sind so Elemente dabei, wo ich denke, okay, so die haben quasi ein bisschen, da war so ein bisschen was Jazziges drin, so ein bisschen was Poppiges und so. Und das fand ich ganz cool, weil das soll so ein bisschen zeigen, die jungen Leute sind so rebellisch gegenüber den Älteren und machen einfach Musik anders. Deswegen entwickelt sich Musik ja auch regelmäßig weiter. Deswegen hören wir ja auch andere Musik als zum Beispiel jetzt die junge Generation von heute. Ich bin mir sicher, dass du auch schon den feiertest, dass du heute schon Musik in den Charts gehört hast, wo du sagst, so Alter, was ist das bitte für Musik? Und ich glaube, unseren Eltern ging es quasi genauso mit unserer Musik. Ja, diesen Gedanken, den habe ich tatsächlich viel zu oft. Aber das überträgt sich genauso auf andere Dinge dieser Welt aktuell. So, und ich glaube, das ist diese Botschaft, die der Film so ein bisschen zeigen soll, dass junge Menschen aus sich rauskommen sollen, quasi ihre eigene Musik finden sollen, ihren eigenen Style. Und das haben die ja quasi gemacht. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das, was sie da gespielt haben, ob die das wirklich so in der Form gespielt haben. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwelche Notenblätter noch irgendwann gefunden haben, wo dann Musik so aufgeschrieben war. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es war halt doch sehr poppig, jazzig, wo ich sage, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen 100 Jahre voraus. Die haben wirklich so ein bisschen Strike-Biano gespielt. Da musste ich ein bisschen an Ray Charles denken, wo die sich auf dem Klavier ein bisschen geklimpert haben. Aber gut, egal. Aber der Gedanke dahinter war ja schön, dass die zusammen Musik gemacht haben. Ja, also ich finde dadurch, dass die Musik halt eben auch so wirkt, wie du es ja gesagt hast, hat man den Film wahrscheinlich auch ein bisschen zugänglicher gemacht. Denn ich muss ja zugeben, obwohl die Musik jetzt nicht mein Geschmack ist, war das im Film doch ziemlich catchy, wenn man da zugehört hat. Dann hat einen das in den meisten Fällen wirklich berührt, aufgesorgt und man war dann auch so im Rhythmus drin. Also die Musik, die hat definitiv ihre Stärken, auch wenn sie jetzt nicht direkt meinen Geschmack trifft. Und das muss man halt eben auch erstmal hinkriegen. Genau, finde ich auch. Das haben sie wirklich echt gut gemacht. Werner, es gibt eine Szene, gleich am Anfang, wo quasi dieses Waisenhaus ein riesengroßes Paket geliefert, quasi ein Amazon-Paket. In einer riesengroßen Holzkiste. Und das wird quasi irgendwann am Abend in der Nacht geliefert. Und dort sind nur noch wach der Waisenhaus-Besitzer und noch eine Nonne. Und die nehmen das Paket entgegen. Und da stellt sich raus, in diesem Paket befindet sich halt dieses Klavier, dieser Flügel, dieses Pianoforte. Und was ich nicht verstanden habe, die Nonne sagt dann so, oh, Teufelszeug, das muss weg hier, weg, weg damit. Und das habe ich nicht verstanden. Warum zum Geier ist ein Klavier Teufelszeug? Du bist aus Bayern. Wenn jemand weiß, was Teufelszeug ist, dann du, komm, hau raus. Warum? Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen Geige und Pianoforte, dann hätte ich eigentlich eher dazu tendiert, dass die Geige das Teufelswerk ist und nicht das Piano. Und ich stand genauso mit einem Fragezeichen oder saß mit einem Fragezeichen im Kino wie du, weil es ja nicht wirklich erklärt wird, wieso ist ausgerechnet das das Teufelswerk. Also, ja, großes Fragezeichen da. Gut. Also, ich weiß es auch nicht. Liebe Menschen da draußen, wenn ihr es wisst, dann schreibt uns doch bitte irgendwelche Kommentare irgendwo hin, schickt uns eine E-Mail oder eine Brieftaube, wie ihr das möchtet, oder ein Abadur-Paket mit einem Brief drin und sagt uns, warum ein Klavier oder ein Flügel Teufelszeug ist. Ich verstehe es nicht. Aber gut, egal. Mal was anderes. Der Film geht eine Stunde und 51 Minuten. Ist ja doch relativ lange und es geht ja nicht nur um Musik, sondern es gibt ja auch noch so ein paar zwischenmenschliche Sachen. Ja, so Nebengeschichten, so Nebenstränge, die sich so erzählen. Es gibt halt, also einmal die Geschichte natürlich mit dem Klavier überhaupt, mit dem Sitztum von dem Klavier. Dann hast du die einzelnen Geschichten von den Waisen. Dann hast du noch irgendeine Geschichte, die mir nicht so ganz klar ist, die mit dem... Sohn, oder? Na, ist es der Sohn von ihm oder ist es nur irgendwie eine Liebschaft oder in ehemaliger Weise? Ich habe es nicht verstanden, tatsächlich. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich glaube, ich weiß genau, was du meinst, weil es mir genauso ging. Okay, also es gibt quasi einen Erzählstrang in dieser Geschichte, die mir nicht ganz so schlüssig ist. Ich glaube, wenn man die rausgelassen hätte, weil die nicht so richtig aufgeklärt wird, die ist so ein bisschen so merkwürdig und so ein bisschen lückenhaft und wenn man die vielleicht rausgeschnitten hätte, wären es vielleicht 90 Minuten, knackige 100 Minuten geworden und das wäre vielleicht besser gewesen. Wobei ich fand den Film nicht langweilig tatsächlich. Aber ich glaube, eine Stunde 51 Minuten mag für manche vielleicht doch ein bisschen zu krass dann sein in dem Fall. Zu lang gezogen tatsächlich. Also langweilig fand ich ihn auch nicht, zumindest die meiste Zeit nicht, aber er zieht sich dann teilweise doch ein bisschen zu sehr und das merkt man dann gerade hinten raus einfach, wo man dann einfach nur denkt, ja gut, wir wissen ja jetzt, worum es geht. Wir wissen, was passiert. Wir kennen die Zutaten. Jetzt servier endlich mal das Gericht und red nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Aber da tut sich der Film schwer mit. Werner komponiert mit Worten. Das ist großartig. Tja, ja, lang ab, ich fand mich wirklich gut unterhalten. Also mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Besser als manch anderer Film, die ist ja schon rausgekommen ist, der als Triple A oder als Hollywood rauskam. Ja, locker. Besser als andere Frauenfilme, ne? Findest du, es ist ein Frauenfilm? Ich sag's mal so, die Hauptdarstellerinnen oder die Hauptrollen sind mit einer Ausnahme alle weiblich. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ein sehr feministischer Film, weil es darum quasi um Entscheidungen von Frauen geht, für Freiheit, für Frauen, für Selbstentscheidungen, es ist ein sehr feministischer Film, was ich trotzdem gut finde, weil ich zähle mich selbst als Feminist. Aber ist es ein Film nur für Frauen? Nee. Nein, das auf jeden Fall nicht. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Es ist wirklich ein Film für Menschen, die Musik interessiert sind, die Film interessiert sind und auch mal andere Sachen gucken. Menschen, die sich eventuell auch für die damalige Zeit interessieren, also das Jahr 1800, die Napoleon-Zeit. und da der Film das alles eben bietet, finde ich, hat dieser Film eigentlich eine recht große Zielgruppe. Ja, kann ich dazu stimmen. Man hat irgendwie alles ein bisschen drin, man hat so ein bisschen Liebe-Story ist da quasi auch drin, man hat so ein bisschen Coming of Age, man hat Musik, man hat noch so ein bisschen Drama ein bisschen mit drin. da bietet wirklich viel, also nicht bloß für Musikliebhaber, wobei ich trotzdem sagen würde, dass ich dem Film vor allem Musikliebhabern empfehlen würde. Das ist einerseits richtig, aber andererseits auch ein bisschen so ironisch, denn wie du richtig sagst, Musikliebhabern würde man diesen Film absolut empfehlen, aber für mich war die größte Stärke tatsächlich das, was drumherum passiert, denn ich finde, diese ganzen Neben-Stories, die man hat, die fand ich durchaus interessant. Da ist zum einen natürlich dieser etwas älterer Herr, der beauftragt wird, neue Musikstücke auf die Beine zu stellen und es einfach nicht gebacken kriegt. Und dann zu sehen, wie er da verzweifelt seine Arbeit nicht hinkriegt oder dann eben die andere Story mit ihr und den Mädels, wie sie dann zusammenfinden und auch das Thema Mobbing ist ja so ein Ding. Also da sind viele größtenteils interessante kleine Geschichten, die mich ziemlich gut bei Laune gehalten haben und die Musik war dann bei mir eigentlich fast nur noch zweitrangig, aber nicht negativ. Ich glaube, die Musik war für mich so ein bisschen das, was mich mitgerissen hat und die Geschichten drumherum zählten quasi dazu. Ein Beispiel, La La Land, da geht es auch nicht nur um Musik, obwohl es trotzdem ein Musikfilm ist, sondern da gibt es ja auch noch viele andere Sachen und das ist einfach eine schöne Harmonie, so ein schönes Gemeinschaftsding, das geht alles gut ineinander über tatsächlich. Ich finde auch, der Film sieht toll aus, kulissenmäßig, kostümmäßig super, also vor allem die anfangs, die abgefragten Klamotten von dem Hausmädchen und sowas, man sieht den Unterschied zwischen den Chor, was ein bisschen schönerer Klamotten sind, zu den Hausmädchen, wo alles total dreckig und runtergekommen ist, dann hast du dieses Waisenhaus, was wirklich runtergekommen aussieht und dann später, wenn dann dieser Papst kommt, kriegen die alle noch ein bisschen schönere Klamotten, dass die alle ein bisschen sauberer und gesünder aussehen und das finde ich interessant, die kostümmäßig gut gemacht, auch Kulisse fand ich mega stark, es gab auch verschiedene Settings, wenn man jetzt denkt, das ist nur so ein Billigfilm, da sind viele Orte, wo gedreht wurde, sehr gut gefallen und auch schauspielmäßig, die Mädels, die das gemacht haben und auch der, der Weißenhausleiter, so unsympathisch, wie er war und so ein bisschen eklig und, und, also eine Ableitung habe ich für den empfunden, aber das musst du auch erst mal spielen, dass der so, so merkwürdig ist. Das ging mir genauso, also der macht da, der spielt das so gut, dass man ihn einfach nur hassen kann. Hassen ist ein bisschen übertrieben, aber er ist halt eben wirklich null sympathisch und er füllt dadurch eben seine Rolle genauso, wie er es soll. Wie siehst du bei den anderen Schauspielern oder Kulisse, was sagst du? Gebe ich dir zu 100% recht, also die Kulissen, die sind echt gut gemacht und einer absoluter Hingucker, gerade wenn dann eben noch so ein paar Landschaftsaufnahmen mit dazukommen, weil wie du ja sagst, da gibt es ja verschiedene Orte, an denen gedreht wurde, verschiedene Landschaftsaufnahmen, die wirklich zum Verweilen einladen, also da kriegt man dann wirklich mal Lust, mal ein bisschen so in die Natur zu gehen quasi und das Städteleben für ein paar Tage hinter sich zu lassen, da wird Abwechslung geboten und das auf eine schöne Art. Ich war noch nie in Venedig. Ich auch nicht, aber der Film lädt ein. Absolut, habe ich Bock drauf, muss ich mal hin. Vor allem die ländliche Gegend drumherum, nicht bloß die Stadt selbst. Ja. Ja, ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Ich würde noch gerne was zum Finale sagen, in Anführungszeichen, weil das tatsächlich irgendwie so richtig im positiven Sinne ungewöhnlich war. Jetzt wird natürlich nichts gespoilert, was passiert, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Finale, ein musikalisches Finale dieser Art, auf diese Art erlebt, gesehen und genossen habe. Also das war wirklich, it was a thing. Ich habe tatsächlich auch mit was anderem gerechnet. Das war auch für mich ein bisschen überraschend. Ja. Ja, aber wir wollen jetzt nicht spoilern, ich glaube, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme hier, dann werden wir noch ein bisschen uns selbst gegenseitig ein bisschen spoilern. Aber ja, du hast recht, das Ende ist ein bisschen nicht so, wie man es denkt. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Definitiv. Ja, Gloria, mit Ausrufezeichen, ist ja Anfang des Jahres quasi uraufgeführt worden in der 74. Berlinale, kommt allerdings am 29. August erst in die Kinos. Und ich sage es ganz ehrlich, Leute, wirklich eine Empfehlung. Ich bin mir sicher, dass zu diesem Zeitraum der ein oder andere gute Film laufen wird, aber auch ganz viel Asche. Der Film hier ist definitiv kein Müll. Er mag nicht was für jeden sein, aber der hat wirklich seine Stärken, der hat wirklich tolle Sachen drin, tolle Schauspielerinnen, die wirklich eine super Leistung bringen. Also klare Empfehlung von mir, wer mal was anderes möchte, gebt euch Gloria. Ja, ich kann auch nur sagen, gebt dem Film eine Chance, wenn ihr mal was anderes sehen wollt, statt immer nur das übliche Hollywood-Programm. Hier hat man definitiv einiges, das man genießen kann von den Schauspielern, die recht frisch vor allem sind. Man hat hier keine Stars, die man jeden Monat oder alle paar Wochen irgendwo in irgendwelchen Filmen sieht. Nein, das sind frische Gesichter, frische Stars mit einem großen Talent, wo es wirklich Spaß macht zuzusehen. Musik, die man ein bisschen zusammen mit den Mädels entdeckt, weil die das ja auch ein bisschen so entdecken und man diese Reise einfach mitnimmt. Dann eben noch diese schönen, in Anführungszeichen, schönen Geschichten nebenbei, die einen bei Laune halten. Schöne Landschaftsaufnahmen. Es ist ein rundum gelungener Film, bei weitem kein Meisterwerk, nichts, was man unbedingt gesehen haben muss, aber etwas, wo ich guten Gewissens sagen kann, der ist definitiv einen Blick wert, gerade wenn man offen für anderes ist, offen für Neues ist, sollte man diesen Film definitiv eine Chance geben. Er ist auf jeden Fall die Zeit wert. Genau. Eine Frage noch. Bei mir lief der in Original italienisch mit deutschen Untertiteln. War das bei dir auch so? Ne, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ah, okay, dann hauen wir was raus zur Synchro. Die war gewohnt gut, also mir ist da nichts negativ aufgefallen, es war gewohnt gute deutsche Kinoqualität. Okay, das Ding ist, da wird ja auch italienisch gesungen, jetzt die Frage, bei manchen Gesangspassagen, wurde dann quasi italienisch gesungen oder wurden auch Songtexte auf Deutsch gesungen? Ne, das wurde dann übersetzt mit Untertitel. Das war dann ein bisschen so nervig, weil man dann ein bisschen sehr mit Lesen beschäftigt war und man nicht alles Gezeigte genießen konnte. Gut, haben wir das auch geklärt, schön, wir haben es in zwei verschiedenen Varianten gesehen, dann bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Wenn ihr ihn gesehen habt, dann haut doch mal in die Kommentare, wie ihr ihn fandet und vergesst nicht, warum ist ein Klavier Teufelszeug? In diesem Sinne, liebe Menschen da draußen, ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal und die letzten Worte gebe ich an den lieben Werner. Gloria, Gloria, eine glorreiche Zeit wünsche ich euch, bleibt gesund, schaltet bald wieder ein, wir hören uns wieder hier. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.